Die Tricks der Polizei. Sie sind festgenommen. Ich erkläre euch jetzt einen der häufigsten Tricks der Polizei und einen ganz einfachen Ausweg, wie man aus dieser Situation wieder rauskommt. Es geht um die faktische Festnahme. Stell dir uns vor, du sitzt mit deinen Freunden im Park und ihr konsumiert illegale Substanzen oder du bist mit dem Auto unterwegs und die Polizei stellt bei dir irgendwas Verbotenes sicher oder du bist Beschuldigter eines Diebstahls oder was auch immer. Und dann läuft es, wie es meistens läuft. Dann gibt es erstmal die Identitätsfeststellung. Die Polizei kommt und dann werden die Personalien aufgenommen, wie sie auf dem Ausweis draufstehen. Dann wird vielleicht sogar noch belehrt, über das Aussageverweigerungsrecht, über dein Recht zu schweigen. Und dann kommt es. Ja, jetzt fahren wir erstmal zur Wache und dann machen wir die Formalitäten oder wir nehmen die Anzeige auf oder was auch immer dann für ein Satz kommt. Und dann gehst du mit der Polizei zum Auto und darfst hinten drin sitzen, wenn du Glück hast, ohne Handschellen. Und bei der Dienststelle, bei der Polizeiinspektion wird dann wahrscheinlich erstmal Fotos und Fingerabdrücke genommen und dann wird deine Aussage aufgenommen und dann wird alles schön vorbereitet, sodass das Ermittlungsverfahren eigentlich schon fertig ist mit am besten auch deinem Geständnis. Und dann nach so vielleicht einer halben bis eineinhalb Stunden darfst du dann gehen. Aber du dürftest die ganze Zeit schon gehen, weil das, was hier passiert ist, ist keine Festnahme. Wenn du dann als Verteidiger, wenn wir Anwälte dann in die Akte schauen, dann sehen wir, naja, das war alles freiwillig, das war keine Festnahme. Weil, wenn die Polizei sagt, ja jetzt fahren wir dann erstmal zur Wache und du fährst mit, das ist keine Festnahme. Du bist freiwillig mitgefahren. Und wie kommst du aus dieser Situation wieder raus? Die einfache Frage, die du stellen musst ist, bin ich denn festgenommen? Eine Festnahme, also eine vorläufige Festnahme, geht nämlich nur in den dafür gesetzlich vorgeschriebenen Fällen. Es müssen bestimmte Gründe vorliegen, in denen die Polizei dich festnehmen kann. Zum Beispiel, wenn die Identität ungeklärt ist, dann kann die Polizei dich mit zur Dienststelle nehmen, um die Identität festzustellen, wenn du Beschuldigter bist. Oder wenn Fluchtgefahr gegeben ist, oder du bist auf der Flucht, wenn du von der Polizei wegläufst, dann wirst du vorläufig festgenommen. Oder wenn du Beweismittel vernichtest, dann wirst du vorläufig festgenommen. Aber wenn du ganz normal, in der Polizeikontrolle, als Beschuldigter, dir irgendeine Straftat vorgeworfen wird, dann ist die vorläufige Festnahme nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Es ist nicht so wie im amerikanischen Film, man sieht, okay, wir haben den Täter, jetzt erstmal Handschellen und jetzt geht es erstmal ab zum Revier. Nein, so ist es nicht. Es braucht eine konkrete Rechtsgrundlage für die vorläufige Festnahme. Wenn es dafür keine Rechtsgrundlage gibt, Flucht, Fluchtgefahr, Verdunklung, Verdunklungshandlungen, Beweismittel vernichten, dann kannst du ganz normal bleiben, wo du bist. Sagen wir mal, irgendwie eine Kneipenschlägerei vor einer Diskothek und wenn dann die Polizei kommt und wenn die deine Identität festgestellt haben, dann ist die Sache damit erledigt. Dann geht es nicht erstmal zur Wache und du wirst festgenommen, sondern eigentlich ist mit der Identitätsfeststellung die Sache erledigt. Heißt, einfach ein Satz, den man sich merken muss, bin ich denn festgenommen? Erklären Sie mir die vorläufige Festnahme und wenn dann kommt ja, warum denn? Hier sind meine Personalien, hier ist mein Ausweis. Warum bin ich festgenommen? Einzige vorstellbare Möglichkeiten wären, okay, ja, wir müssen jetzt irgendwie eine Blutprobe machen. Wenn jemand jetzt stark alkoholisiert ist, okay, wir müssen jetzt prüfen, ob quasi wir den richtigen Beschluss bekommen für eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration festzustellen. Das ginge zum Beispiel bei einer Körperverletzung, wenn eindeutig Alkohol im Spiel ist. Aber das ist eher die Ausnahme. In aller Regel braucht die Polizei einen Grund.